So Leute. Okay, das war irgendwie zweimal zu mich dunkel. Die beiden Sachen sollen noch raus. Ansonsten ist alles fein. Wo machen meine Bauarbeiten das nicht? Witzig. Naja. Ah, weil sie irgendwie alle jetzt auf einmal doch wieder irgendwo zugeteilt sind. Verstehe ich noch weniger. Zack, reiß es ab, reiß es ab, reiß es ab, alles abgerissen. Und jetzt brauchen wir unsere typischen Routen wieder. Zack, zack. Alle anderen haben schon ihre Routen. Darum fehlt einer. Können wir hier abziehen, tun wir da ein. Wir haben aktuell sieben böse. Aber an sich scheinen alle ziemlich happy. Verfolgen wir das Ganze mal. Erst kriegen wir mal die Essen. So ging es zehn. Ja, die haben auch Essen bekommen. Wahnsinnig viel, da wird schon ein bisschen. Die sind die nächsten. Freshmans haben halt schon wieder Ultrawungen, ne? Warte, wie viel haben wir denn jetzt? Aber die Freshmans kriegen doch klar sowas. What the fuck? Das geht doch klar. Also würde ich sagen, da bin ich eigentlich relativ happy sogar noch mit. Wie viel haben sie gelernt? Geht, ne? Doch, dafür dass erst der zweite Tag ist. Wie kann man ein Sofa kaputt machen? Ja, meine Putze heute bangen wegen Mag-Speed. Aber ich habe halt keine Lust darauf zu verzichten. Weil sonst... Das ist einfach super sad. Aber es ist halt schon ätzend. Vor allem bangen sie ja jeden Tag. Die müssen ja jeden Tag quasi neu laden. Aber dann sitzen meine Leute einfach alle krank. Weil jetzt putzen die jetzt halt wieder instant weg. Und dann ist alles fein. Das größte ist, der packt ja nicht einer. Da bangen dann alle. Da... Da bangen schon wieder alle meine Leute dran. Okay, wir sind nur noch bei 5. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Weil die können da unten schon wieder nicht mehr sauber machen. Ist halt insane. Also das hält halt wirklich keine 2 Sekunden. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Kann ja aber mit der mittleren Geschwindigkeit gehen. Gucken, ob das echt nur was damals zu tun hat. Wo ich meine, das ist halt wirklich dumm. Sollte im Normalfall niemals der Fall sein, dass ein Game dich so oft dazu zwingt, zu saven und neu zu starten. Ist schon extrem frustrierend. Vor allem ist es so ein dummer Frustfaktor. Weißt du, es ist nicht etwas, wo du das Gefühl hast, boah, das Game zwingt mich dazu, mega krass auf etwas aufzupassen. Sondern das Game zwingt mich einfach nur zu saven und neu zu laden. Wie viele sind jetzt krank? Ich denke mal, quasi keiner. Auf der Geschwindigkeit ist es bis jetzt noch nicht verpackt. Ich glaube, das Problem ist auch, wenn die pinkeln gehen, oder? Wenn die selber pinkeln gehen... Vielleicht werden die dann gleichzeitig als Mini und als Champion dann genommen, um es in League Terms zu übersetzen. Aber aktuell ist niemand krank, oder? Habt ihr hier in der Krankmeldung gesehen? Ich nicht. Wir sind wieder bei 6. Okay, können sie noch putzen. Ja. Also auf der Geschwindigkeit geht das. Vielleicht ist es einfach... Guter alter Fall von einem Bug-Report, den man auch mal machen muss. Aber dadurch war das Spiel halt... Also ich hatte andere Spielstände, wo quasi eigentlich alles gut aussah und ich auf brutalste Art und Weise keine Chance hatte, irgendwie zu unterrichten, weil immer 80% meiner Leute krank waren. Im Nachhinein stelle ich fest, dass es höchstwahrscheinlich genau daran lag. Das hier oben scheint auch zu funktionieren. Ich denke wir werden jetzt noch einen Worker einstellen und noch einen dieser Berater-Boys hier dazu holen. Nein. Hört sich einmauern. Huch. Last second, Alter. Das war richtig close. Aber weil wir grad ein ganz gutes Plus haben... Ich glaube, dass das das letzte ist, was quasi... ein ernstzunehmendes Problem ist. Abseits von dem... von dem Fakt, dass meine Leute sich nicht mehr bewegen können. Weil sie in der Toilette sauber machen sollen. Vielleicht ist es auch so eine Art Schockstarre und völlig gewollt vom Team. Äh, vom Game. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. So, wie sieht's hier aus? Health ist überall fein. Wobei, ein bisschen runter ist es schon, ne? Weiß ich natürlich auch dann, dass sie jetzt Schluss haben und einfach platt sind. Es gibt hier noch die Männer- und Frauen-Statue. Die wollen wir gleich auch noch. Judenarm zusammen, mein Junge. Start, oder? Okay. Irgendwie hat Google mal wieder... Äh, hat YouTube mal wieder geschafft, dass alle... Dass ich jedes Mal eine Pub-Up-Nachricht kriege. Auf meinem Handy und auf meinem... PC, wenn jemand... einen Kommentar von mir liked oder so. Das halt einfach übel random ist. Weil es halt ausgestellt ist. Aber das hält die nicht immer ab. Aktuell hab ich 8... Von dem Bösen. Vier sind jetzt aktuell krank, das ist okay. So, ich muss mal gerade gucken. Was hat das hier schon als Office? Ne. Der baut jetzt erst den Boden und dann die Gegenstelle. So, okay. Aber dann... muss er sich hier ein bisschen beeilen. Vielleicht müssen wir einfach deutlich mehr Monitor-Leute einstellen. Wir testen das mal, ob das was bringt. Der letzte läuft einfach so rum. Aber also, ich stelle noch ein mehr an. Vielleicht hilft das ja. Und dann machen wir noch eine Klasse als Nachsitzeklasse. Boah, das geht eigentlich, ne? So. Jetzt ein Bearbeiter, der quasi nichts tut. Aber das ist nicht schlimm. Oh, Window. Ja. Ein paar Fenster kann man auch mal bauen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ach, ich glaube, die sind hier ganz hinten. Ja. Ja. Ja, es gibt auch noch das Big Window. Was ist denn das? Manchmal brauche ich, dass man hier nicht nach was suchen kann nach Buchstaben. Äh. Äh. Hat's jemand gefunden? Also, hat's jemand gesehen? Was? Bin ich blind? Wo bin ich denn da? Haben sich denn nur Window, nicht? Big Window. Was? Bis dann noch gesehen haben. Läuer, äh, manchmal. Guck mal, ist echt einfach drin. Machen wir ein paar davon, vielleicht werden die ja dadurch auch glücklicher, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gesund, so ein Licht zu haben. Möglich ist es. Woanders die zu bauen ist aber sinnlos, weil hier alles noch voll gebaut wird. Ich so, es sind down, aber Johnny nicht, weil... Oh, aber ich glaube, Twitch ist eher down, oder? Also ich habe gerade irgendwie 100 Zuschauer verloren in den letzten zwei Sekunden. So, wir sind bei Tag 5, das Schöne machen wir ja auf jeden Fall noch zu Ende, es sieht eigentlich sehr gut aus. Wir haben 4 erreicht, so, unser eine Worker, die wir eingestellt haben, baut jetzt hier gerade alle Fenster rein, dann haben wir auch noch die Quest. Wir finden extra Prestige. Wie sieht es mit unseren 8 Bösewichten aus? Ich würde mir halt wünschen, dass es jetzt auch dadurch mal deutlich besser wird. Also durch die ganzen Monitor und so, die ich hier eingestellt habe. Oh, das war die letzte Quest in die Richtung. Dann machen wir nochmal... Wo ist denn? Cafeteria, da. Stellen wir jetzt die Dinger noch auf. Die kosten natürlich auch nochmal ein bisschen pro Stunde, aber auch das soll uns jetzt hier nicht scharen. So, da macht mein Bauarbeiter die Erde drauf. Ja, Twitch scheint ziemlich oft zu sein, aber scheinbar geht es ja noch halt bei uns, ne? Drinking Water soll ich jetzt auch noch machen? Ja klar, ich meine... Teuer ist das? Auch nochmal... Klar, Jungs, komm. Nimmt's euch von Onkel Johnny. Ja, in unseren Spaßräumen könnten wir so ein Ding rein platzieren. Oh, das war ein HD2, oder? Ah, ne. Das war einer. Und natürlich noch in unseren Musikraum. Ah, ne, den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen ja nur 4. So, reduziert sich jetzt die Zahl hier mal? Ja, von 8 auf 6. Okay. Haben wir unten schon wieder einen Bug? Ja, wir haben schon wieder einen Bug. Ist es echt zum Kotzen? Also dadurch ist das Spiel halt für mich gefühlt kaum spielbar. Weil es auch einfach so ätzend ist, dass hier die ganze Zeit neu zu laden... Kann schon hier aktuell auch nichts haben, aber schön, dass du es probiert hast. Ah, das Streams are down, Johnny profitiert. Zufall? Ich glaube nicht. Oh, ich weiß es auch nicht genau, Leute. So, wird er hier jetzt auch noch? Hat er ihm klargemacht, wie sein Leben endet, wenn er so weitermacht? Actually, es ist nice. Okay, ist aber 5. Das hat sehr gut funktioniert. Okay, die Toiletten sind jetzt auch wieder sauber. Hier oben ist überhaupt nichts sauber. Das ist echt dumm. Na gut. Also, wir sind bei Tag 6. Und die schulischen Leistungen sind sehr gut. Okay, die kommen nicht mehr gut gelaunt aus der Schule. Helfenmäßig ist es jetzt nur noch so Hype. Disziplin auch. War natürlich auch schon ein langes Schuljahr. Jetzt haben wir wieder 8 Leute gemotzen. Kann man, wie das jetzt passiert ist? Das muss, glaube ich, ein Loading Bug sein. Ich meine, gerade haben wir die ganze Zeit gekämpft, von 8 auf 4 zu kommen. Jetzt haben wir instant wieder 8. Und die Gesundheit ist runtergegangen. Und ich überlege, ob das daran lag, dass die Toiletten wieder schmutzig waren. Scherz zu sagen, ja. Oh. Oh. Okay. Da hätte ich die Quest 2 doch machen sollen. Da kommt man am Ende ja doch nochmal auf ein bisschen Money. Tja. It's bug time again. Nee, also das ist echt nicht spielbar. Ich muss sagen, die Folge mache ich noch zu Ende. Aber dann muss ich sagen, ist das für mich auch erstmal genug Tilt fürs Erste. Ich meine, das Game ist übelgarten und ich feiere es. Aber das darf halt einfach nicht sein. Das ist ja... Ich meine, das Saving und Neuladen dauert nicht lange. Aber das Problem ist, dass ich einfach kein... Ich habe keinen fairen Vergleich, ob meine Schuhe jetzt wirklich schmutzig ist oder nicht. Weil 78% der Zeit ist das hier nur, weil es buggy ist. Dass die alle krank wären. Und die ganze Zeit darauf zu achten, ob man da unten bug hat, ist halt einfach... Ist einfach nicht cool. Und ich habe jetzt die ganze Zeit nur auf zweifache Geschwindigkeit gehabt. Also es liegt ja nicht nur exklusiv daran. Das heißt auch, dass wir jetzt wieder auf 3 gehen. Das ist ja echt ein super anstrengender Bug. Also Nervenrauben da. Aber es ist cool, dass es ein Workaround gibt. Und dass ich das quasi einfach... ...clearen kann, indem ich save und lade. Wenn es das nicht gäbe, wäre es natürlich noch schlimmer. Jetzt haben wir sie da aber 7. Aber so ist das ja ansonsten fein. Ja, vor allem, warum ziehen alle Hausmeister oben die dann nicht auf die Rute gehen? Ja, da hast du recht. Kurden Knack... äh, Kacker. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Also die kommen ja quasi echt von hier oben. Und deswegen ist es da oben dann auch immer so verschmutzt, weil die da halt nicht mal an ihrem Platz sind. Ich meine, wahrscheinlich gehen die aufs Klo und können nicht aufs Klo gehen. Ich glaube aber, dass das das Hauptproblem ist. Und es ist quasi jedes Mal auftritt, wenn einer von denen pinkeln muss. Dass sie das dann stacken. Ist trotzdem lächerlich. I don't get it. Okay, dann, ich packe dran. Auch geht's so. Und it's bug time. Es passiert halt jetzt jeden Tag. Und ich meine nicht Tag im echten Leben, ich meine Tag im verdammten Game. Na, nervtötend. Und jetzt putzt das. So, dumm. Ziemlicher Täter. Naja, aber wie gesagt, das Schuhjahr wollen wir auf jeden Fall noch zu Ende machen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei. Seit zehn Jahren ein bisschen weniger, aber die sind halt 42, ob wir sie nur Plätze für 36 haben. Das darf schon mal schief gehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Bug mit dem Routensystem zusammenhängt. Aber ich weiß... Ich kann auch nicht das Routensystem ausstellen, weil dann sind da einfach keine Leute, um das sauber zu machen. Ich weiß nicht, wie das passiert. Naja, hoffen wir mal trotzdem auf gute Prüfergebnisse. Ich glaube, es kann schon ganz gut werden. Wir haben ja sogar noch zwei Tage. Das heißt, die meisten werden so auf 80 kommen. Vielleicht kriegen wir dafür dann A oder B. Weil jetzt echt viele krank sind. Und das hier ist halt... Ich meine, die ist ja nicht mal irgendwie hungrig oder so gewesen. Ich habe da einfach nur Bock auf Stress. Okay, noch putzen die alle. Wie war denn die Toiletten weiter in dem Auge? Wo sind jetzt meine Putzkräfte? Ah, alle in der rechten Toilette. Vereint. Ich habe mich schon gefragt, warum da keine reinkommen. But guess what? Sie sind alle auf der anderen. Ah! Nervtöten. Nervtöten, sage ich euch. Okay, jetzt hatten wir aber trotzdem keine Lust, sauber zu machen. Oder was? Nö, heute nicht. Johnny, wir machen das morgen. Ach so, ist ja kein Ding, ne? Die ganzen Schüler verrecken ja nur wegen euch. Macht doch keinen Stress, Jungs. Ist das dieses Prison Architect? Ja, erinnert echt nah daran, ne? Aber ist es tatsächlich nicht. Es war dieselbe Form, die ich es gemacht habe. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht sind die irgendwie verprudert oder so. Ich kann ja keiner erzählen, dass das nicht von Prison Arshentake inspiriert ist, mindestens. Das ist echt strange. Das ist der letzte Tag. Die Noten sehen ganz gut aus. Ja, bei denen halt nicht sauber. Das war ja absehbar, wie gesagt. Oder? Können die das jetzt immer wieder nicht mehr sauber machen? Ne, kannst du nicht. Es ist, also, das ist halt wirklich. Vielleicht, vielleicht täte mich das einfach zu viel. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen gechittert dran gehen. Ein Mülleimer fehlt. Da will ich doch sofort mal gucken. Wo fehlt denn einer? Ah, sehr gut. Vielen Dank. So. Können wir jetzt hier noch einmal putzen? Damit ich clean jetzt meine, meinen Standard A kriege, bitte. Sehr gut. Der Hausmeister steckt gerade hier drin. Ach nee, weißt du, jetzt sieht doch gut aus. Können wir bitte hier rüber gehen und hier noch sauber machen? Nee? Aber guter Morgen, Jungs. Ich wollte nicht stressen. Ihr müsst euren Job auch nicht unbedingt machen, wenn ihr nicht wollt. Frechheit. So, Leute, wollen wir mal schauen. Letzte Jahr jetzt hier im Stream. Was sind die Noten? Wir haben nur 78%. Ich dachte, wirklich, ich werde deutlich mehr. Dass hier so viele durchgefallen sind. Bisschen besser, aber ich verliere immer noch Prestige pro Runde. Einfach ein bisschen zäh. Gerade das hier, das lässt sich einfach nicht wirklich fixen. Na ja, Leute, vielen lieben Dank für's Einschalten. Ich glaube, ich muss noch auf Next Studio klicken und speichern. Aber danke, dass ihr dabei wart. Es war mir ein großer Spaß. Ich muss sagen, ich werde das Game jetzt wahrscheinlich nicht in nächster Zeit weiter warten. Das heißt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare bei YouTube, ihr bei Twitch. Jetzt erstmal nicht, weil das ist erstmal Tid genug gewesen. Aber es war mir ein Fest und sobald dieser Bug uns so gefixst ist, werde ich mich den Game natürlich auch wieder annehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis bald. Ciao. Vielen Dank.